Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Sims 4 Serien Spezial. Wir haben letzte Folge fleißig umgebaut und zwar diese schicke Badezimmer hier und Griechens Zimmer haben wir endlich eingerichtet. Ja. Und weiter geht's. Die haben hier gar keine Lampe drin, oder? Ich muss mal... kurz Licht haben. Irgendwie ist im ganzen Haus keine Lampe. So. Jetzt aber. So. 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 Oh, er muss auch essen. Oh, er badet. Der erste, der die Badewanne benutzt. Cool, cool. Und hier wäre auch ein perfekter Ort für den Mülleimer, das ist echt cool. So, die Nische kann man da optimal für benutzen. So, Maike kann auch schlafen gehen. Teacher liegt schon wieder im falschen Bett. Um... ... 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 teuer. Ich hab gerne eher Instrumente, aber auch so teuer, ne? Egal, gucken wir in anderem, wenn wir mehr Geld haben. Ja, mit dem Bad in der Ecke gefällt mir erst besser, als da die Küche. Ich hab gerne mal. Ich hab gerne mal an den Ecke. Ich hab gerne an den Ecke. Ich hab gerne an den Ecke. Einen Witz erzählen, äh, ein Klopf-Klopf-Witz. Oh, okay, dann nicht. Äh, ein Klopf-Klopf-Klopf. Gut, das passt soweit. Müssen wir noch einen großen Essig hier reinmachen, damit wir auch alle sechstern Platz haben. Aber wenn das Zimmer hier weg ist, dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Platz für Wohnzimmer und Küche. Dann passt das auf jeden Fall. Und was ich noch überlegt habe, ist hier oben einen Balkon hinzumachen, so wie hier, dass die dann hier rausgehen können. Ja. Da machen wir hier einen Grill hin oder sowas. Aber wir bauen erstmal hier im Haus selber um. Bevor wir irgendwas weitermachen. Oh, okay. Voilà. Okay. Okay, er macht rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, okay, so bleibt er auch fit, er hat Hunger. Mit TJ flirten. Auf jeden Fall mit TJ flirten, ich will die hier immer noch verkuppeln, aber er redet mit niemandem, verstehe das nicht, er auch nicht. Man hat schon sechs Mitbewohner und... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich lese einfach auf dem Klo, alles klar. Der Klassiker. Der Klassiker. Der Klassiker. Okay, Spinelli geht es wie immer gut, aber sie könnte ein Nickerchen machen, wenn nicht T-Shell in ihrem Bett liegen würde. Geh halt im T-Shell's Bett, mein Gott. T-Shell hinterfällt ihrem Bett, obwohl ich diese Beanspruchungsmist gemacht habe. Kanalschau, Sportkanal. Ihm fehlt auch Spaß und Unterhaltung. Ja, da hast du dein Spaß und Unterhaltung. Mein Gott. Ihr seid eine 6er-Wiki. Macht was draus. Ja, dann geht's doch. Okay. Objekt verbessern. Okay. TJ ist wach und ist inspiriert. Eine Mahlzeit kochen. Ja, bitteschön, dann mach das doch. Mach Frühstück servieren und mach Pfannkuchen. Er hat sich nicht die Hände gewaschen und nicht abgespült, die Sau. Pfui. TJ muss in einer Stunde zur Arbeit. Hier, du wolltest doch eh was reparieren, ne? Also mach doch. Hier, Kühlschrank ist jetzt kaputt. Gretchen ist wach. Ja, du kriegst jetzt was zu essen. Nein, du kochst hier nicht selber was. Du gehst jetzt baden. Höhere Level in der Logikfähigkeit. Ja, du kannst gleich Schach spielen. So, und TJ kann hier dann gleich alle mal zum Essen rufen. Heute ist TJs erster Tag zum ersten wirklichen Job. Richtig cool. Nopsa. Nopsami. Oh,ínhamos. Oh! Ne! Und lamps na L이드. Boaah. Etika, du kommst so spät zur Arbeit. So, viel Spaß. Du hast heute frei. Perfekt. So. Oh, baah. Er furzt immer. Vigentlich eklig. Egal, passiert manchmal. Was ist das denn da? Oh, baah. Oh, baah. Oh, baah. Zuck. Vielen Dank. So, du musst nachher arbeiten, ne? Ja, um 15 Uhr, okay. Ähm, Gretchen, du musst auch arbeiten, ne? Nein. Aber du musst aufs Klo, dann geh. Dann solltest du das reparieren. Und du solltest, oh, duschen. Ah, bevor ich muss das auch machen. So, oh. So, oh. Nein, nicht du. So, du machen alle, was sie wollen. So, du darfst jetzt mal deinen eigenen Tisch benutzen. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Warum hat Mikey keine Schuhe an? Das ist sein Schlafanzug, oder? Das ist ein Schlafanzug, oder? Das ist ein Schlafanzug. 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 Sooo, done. Das ist ein Schlafanzug. 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 Und an deine zukünftige Freundin Zoe. Das ist ein Schlafanzug. Das ist ein Schlafanzug. Das ist ein Schlafanzug. Das ist ein Schlafanzug. Schüsse noch gar nicht. Ah, Turinga. Antti. Zusammen ansehen. Ein bisschen schließlich zusammen hier. Ein bisschen schließlich. 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 Du wäldern ansehen. Ein bisschen schließlich selber. Du wäldern ansehen. Du wäldern ansehen. systematicallyziellent. Du wäldern ansehen. Bambowia-la. Bambowia-la. Ah, der wär was für Spinelli. Ihr zählt auch seine Nummer. Wie er einfach Bürgern abbeuert. Ja. 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 Okay. Oh, awesome. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, jetzt gehen wir nach Hause, weil er auch nach Hause geht. Und ja. Aber ich dachte, das Museum wäre spektakulärer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, dann allen geht's soweit gut. Er braucht das alles ebenfalls, aber er muss das auch einmal bitte mal sauber machen. Haben wir jetzt diesen geilen Typen gemeldet? Nein. Oh, das ist so. Der wäre was für Spineli. Vom Optichen her. Nee, Handstock reinlegen. Ja, wenn du weißt, wo das Klo ist. Und da wacke ich zu duschen. Ja. Ja. Zu viel Geschirr. Und dann kann er Videospiele spielen. Kann auch Handy-Game spielen, oder nicht? Oh stimmt, wir müssen noch eine Rechnung bezahlen. Oh. 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 Ich will was ausprobieren. Ah, okay. Also verkupen wir die mit TJ. Yay, Mikey ist zu Hause. So, und ich würde sagen, ich beende hiermit die Folge, weil ich habe schon ein bisschen überzogen. Aber nur ein bisschen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja.